Sie können sowohl mit dem TÜDOM 2000 als auch mit dem TÜDOM 4000 Szenarien erstellen. Dazu wählen Sie im Hauptmenü Szenarien. In diesem Beispiel machen wir ein Szenario für die Nacht und benennen ihn dementsprechend. Bestätigen wie immer mit dem Pfeil oben rechts. Nun wählen Sie ein Symbol aus, das Ihrem Szenario entspricht, sodass Sie ihn später im Menü besser wiederfinden. Nun wählen Sie die Produkte oder Produktgruppen, die Sie mit Ihrem Szenario steuern möchten. Bestätigen Sie mit dem Pfeil oben rechts und geben Sie den gewollten Status jedes Produktes ein. Für die Nacht Rollläden gesenkt, Beleuchtung aus und Temperatur auf angenehme 11 Grad runtergesenkt. Die Temperatur können Sie sowohl direkt mit dem Finger als auch mit den Plus- und Minustasten am Display steuern. Bestätigen wie immer mit dem Haken oben rechts. Zurück ins Menü und fertig ist Ihr Szenario. Sie können nun jeden Abend beruhigt ins Bett gehen, nachdem Sie auf Ihr Szenario Nacht gedrückt haben. Der kleine Smiley gibt Ihnen Rückmeldung, dass Ihr Befehl richtig an den Empfängern angekommen ist. Und nun letzte Mal, wir sind die Wage im Befehl richtig an den Umfeld-Dedd-D-D-D-D-D-D-D-D-D-S-A-N-D-D-D-D-O-N-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Vielen Dank.